Hallo zusammen und willkommen zurück zu Far Cry Primal. Wir holen uns jetzt die letzte Bestie, bzw. wir holen uns den letzten Legendary. Den konkreten Bohr-Oftal. Schön an den Mammuts vorbei. Ich hab keinen Bock gegen die zu kämpfen, weil ich locker easyplan machen könnte. Ein Vieh mehr dabei. Finde ich, dass das hier wieder drauf geht. Hau ab! Kommt da noch eins? Oh, das ist doch nicht mehr ernst. Aber eine Schnauze. Oh! Pfff! Pfff! Vergeht sch... scheiße. Hm, okay. Dauert ja nicht mal lange, dann sind wir da. Haben wir im Süden eigentlich so gut wie gar nichts mehr zu tun. Keine Mission, dann machen wir, glaube ich, die Hauptstory weiter. Ich glaube, alles zählt halt zur Geschichte dazu, deswegen... Haben wir eigentlich... ne, haben wir nicht. Wir haben keine Tontöpfe mehr, scheiße. Ich muss sagen... Ey! Tisha! Tisha! Komm hier! Ich muss sagen, dass, ähm... Die Granaten, außer die Bienengranaten, irgendwie nichts bringen. Die sind irgendwie nur unnötig. Ich habe nicht Feuer, kann ich auch mit meinem Bogen machen. Mit Gift habe ich das Messer gut. Ich finde sogar mit dem Messer funktioniert das besser. Oh! Oh! ... ... ... ... Die drei Leitwölfe, ist klar. Ach, das haben wir doch schon zig Jahre gelernt, ey. Ich muss noch ein paar Gegner mit der Keule killen. Ah! Wo sind eure... Ist doch noch so ein Fagel, wo ist der? Fertig, Wolf. Da! Ja, ja, eindeutig, eindeutig hier, ja. Ah, das ist der Bisch. Das ist der Bischung. Ah, wow. Nein! Alles klar, suchen wir mal weiter hier. Nervt mich nicht bei der Jagd. Na, da vorne seh ich doch schon das nächste, wo wir hinmüssen. Frist Fisch am Volkfluss, alles klar. Sind das Gegner? Verdammte Axt, gegen die hab ich nen Speer verschwendet. Ja, hier ist es einfach, wenn man es einmal raus hat und... Okay... Hierfür'n Spuren aber her. Ja... Kann ich die testen, anfassen, Spuren? Ich schick' erstmal mal nen Tiger weg. Kann ich hier in Ruhe die Fallen aufstellen. Ach... Was ist das? Ach, deine... Schaut sich an. Die sind hier bestimmt. Ach, richtig gelaufen. Ich schick' aus, Sie Cheid. Oh, ich schick' zu! Ich schick' den Schnee, Bruder, die Leitwolf! Au! Los ab! Ich... Halt deine Schnauze! Scheiße, Wolf! Randa, los, sie bezahlen. Junge ey, er kriegt einen Sperr rein, er ist schon fast tot. Dann retten wir die hier eben noch. Wir haben ne Fähigkeit Leute, wir haben ne Fähigkeit. Ich bewahr die erstmal noch auf, ich mach jetzt nütze die Dinge nicht, weil... Bei denen sind die... Ich find die sind eigentlich voll unnötig. Zwei Warte Schneebrückleitwürfe. Warum kam der nicht auf so ne Ziege rein, das wär doch echt voll cool. Und er wär bestimmt voll durch jetzt durch die Falle. Jetzt klatsch. Ne doch nicht, okay. Die Sperr haben wir noch, sauber. Habt ihr gesehen wie die schnell down war? Ey, man, man, man. Hätte ich mal die Skillung vorher gehabt, dann wär das eben zwar noch viel einfacher gewesen. Okay, hier oben jaulen die weiter. Nicht vergessen, nehmt immer alles mit, was ihr finden könnt, weil... Manchmal, da hat man keine Sachen mehr. Und dann ist das dann echt kacke. Es muss 100 Spieler, 100 Spieler sag ich schon. Meine Keule ist kaputt. Ich... Das ist doch irgendwie ganz geil. Das ist ganz lustig, wie die wegfliegen. Kommt man sich vor wie so ein Uruk-Kai, Alter. Oder hier, Arzog, der Schender auf seinem Wark, dann reite ich auf dem. Hier rechts ist er. Hä? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Würfe haben Anführer... Ja... Oh, Alter, wo ist das denn jetzt? Legefallen und so... Da hinten ist er. Wir brauchen keine Fallen. Wir müssen einfach nur ran, da! Da. Na 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 na! Boah, MG-Moves hier Run, boy, run, today is your destiny, run, boy, run Genau, es ist, fuck, hat er hier Moves gemacht, lass es sein Der fliegt zu schnell, der Speer, alter, darauf komme ich nicht klar Er stößt ihn hier runter, alter Scheiß, Wolf Machen wir uns hier nochmal auf, wir haben bald Oh, wir müssen auf jeden Fall bald wieder was sammeln Aber es ist echt nützlich, mehr Schaden gegen die Viecher zu machen Auch wenn es der größte Teil mein Viech gemacht hat Und es ist echt geil, praktisch, diesen Sprintboost zu haben Das ist mega cool Vor allem, ich habe ja die Skillung, dass ich mehr Schaden mache 130 oder so Sekunden, wir können mal kurz nachgucken Ich glaube, das war bei, bei wem war das? Bei ihr? Die Fette, ne, bei mir war das, glaube ich, bei Taka, oder? Ne Gesundheit, bei wem war denn das? Ne, bei ihm war das hier Ja, genau, 120 Sekunden, jetzt 150 Das ist geil Säcke Ist der hier drinnen? Natürlich ist der hier drinnen Ab Oh, der brennt hier, der brennt hier alles nieder, der Sack Ah, warte mal, hier liegt einer Mal hier nochmal Ach, du Scheiße Ich will den, ich will den Bienenstock haben Gib mir den Bienenstock Ist eine lange Jagd Nach dem Leitwolf Ach, sag bloß, ich muss jetzt da hoch Ich renn mal hier rum Ah, da ist jetzt mein Sprintboost wieder alle gleich Und zwar genau jetzt Sofort Ah Ja, alles klar, lockt ihn weg, alles klar, cool, ja. Den holen wir uns jetzt. Ist unser. Nö, sag bloß hier rein, Alter. Da ist er. Ähm, nochmal in diesen Sprintboost kauen. Boah, ich war der das auch. Oh, scheiße, das war der Falsche, aber egal, da ist Sprint mit bei. Hetzjagd beginnt. Wo ist er, wo ist er? Oh, fuck. Wo ist er? Da rennt er. Scheiße. Wo ist er, wo ist er? Hinterher. Oh, heilen. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. Ist er down? Au, ab. Ja. Jetzt habe ich den. Oh, kaputt. Ja, jetzt battelt er sich da mit dem. Oh, Gott. Kann ich auf dem reiten? Nö. Cool. Weil, der Siebensan-Tiger ist immer, finde ich, der speziellste von allen. K. Ich glaube, ihn mache ich jetzt fertig und... Oh, den benutze ich ja so gut wie gar nicht. Und Take-down können wir da ruhig nochmal verwenden. 17 Minuten haben wir das Shitviech jetzt gejagt. Ach, und so sieht das ganze Gebiet aus hier. Alles klar. Was gibt es hier noch? Und Fähigkeitenpunkt. Ja, oder wollen wir jetzt weiter die Story machen? Ich glaube, wir gehen mal... Das war eigentlich schon bis hier, ne? Ja, da gehen wir jetzt hin. Vielleicht schaffen wir das sogar noch. Wenn nicht, müssen wir ein bisschen überziehen, aber das ist ja euch egal. Karosh. Ah, ich muss leasen. Weil ich will meinen... Den finde ich am besten. Bestes... Viech. Stirbjagd. So, wie kommen wir denn jetzt? Da ist so ein weißes Jack, aber da scheiße ich jetzt rauf. Oh Gott, der Nord, der sieht so geil aus. Mann, Leute, ey. Also, früher war die Welt noch schön, heutzutage. Es gibt noch schöne Regionen, aber... Die meisten sind alle hässlich. Finde das Mammut. Ich glaube, dann schicke ich meinen Säbelzer mal weg, weil... Ich glaube, der ist nicht so gut zu sprechen auf Mammuts. Das arme Mamm. Mit F angreifen, ne? Komm her! Drehen, Mammut, drehen. Da rechts ist er. Hä? Jawohl, das Mammut. Ihr kriegt das Mammut, kommt her. Zerstöre das. Boah, geil. Wuh! Boah. Es eskaliert. Eskalation. Bam, weg. Ah, der versucht zu fliehen. Bam, weg. Versuchst du mich zum Laufen? Komm ich aber hin. Nicht das Mammut, aber ich. Oh, bam. Boah. Ab. Händler. Boah, der ist richtig hier weggeklärt. Richtig aufs Genick geflogen, ey. Ohohohoho. Da ist noch einer. Boah. Ich würde gar nicht wissen, wie das echt ist, wenn ein Elefant einen wegkloppt. Ist ja praktisch dasselbe. Ja, rennen. Ah, fuck. Ja. Auf meinen Mammut zu hauen. Bereite das Mammut zu seinem... Ah! Nein! Ich steige von Mammut ab. Oh, hi, Mama. Yeah, Mammutretter. Boah. Haben wir jetzt eigentlich... Jetzt können wir mit ihm reden. Ach ja, wir haben ja... Ich hab mir die Legende des Mammuts gekauft. Jetzt können wir... Wenn wir die Hauptzorgung durch haben, können wir die machen. Am besten. Weil... Warum nicht? Das sind ja drei Missionen mehr. Ja, drei Missionen. Jetzt mal kurz in unser Lager noch reinschauen hier. Ich hab Gefallen an dem Sprintboost bekommen. Was braucht man denn... Ups. Was braucht man denn für den Sprintboost immer? Blaublatt? Okay. Das ist... Alles klar. Egal, wir reden jetzt mit Karosh. Der Krieger. Boah, Assassin's Creed. Karosh, mein Alter. Karosh. Heiter. Karosh, Maugweiter. Haihasa, Guana. Missionen auf der Karte. Er hat jemanden gefunden und will ihn umbringen. Alles klar. Das scheint mir logisch. Da ist Urki. Wo ist denn dieser Mock? Drrrrrr. Okay, da... Da gehen... Ich glaub, da gehen wir mal als nächstes hin. Mhm, gell. Oh, gut. Jetzt können wir das hinleeren. Nice, das haben wir auch hier fertig. Jetzt machen wir nur noch den. Der war der... Der ist... Jeweils drei nur, ey. Das ist so günstig bei dem. Die werden hier wieder teuer, die Wichser. Na, auf jeden Fall. An der Stelle würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bei Far Cry Primal. Und bis dann raus. Ciao.